Ich finde, hier ist es so ein bisschen, erinnert mich so an die USA. Ah, also es ist so ein bisschen wie so ein Urlaubsgefühl, jetzt auch mit dem schönen Wetter natürlich. Aber ich finde, es macht mehr Spaß so zu shoppen, weil man das Gefühl hat, man ist im Urlaub irgendwie. Ich bin nicht jemand, der sagt, ich muss die Sachen unbedingt aus der aktuellen Kollektion haben, sondern für mich ist das dann, ich will mir eine Bratartasche kaufen und dann freue ich mich total, wenn ich spare. Ich bin ein Sparfuchs. Mode ist schon was Wichtiges. Also ich würde es jetzt nicht überbewerten, aber ich sage mal, an so einem Outlet ist es natürlich einfach super, dass man direkt an Ort und Stelle ist. Man muss jetzt nicht noch kilometerweit fahren, sondern man kann hier zu Fuß von Haus zu Haus gehen sozusagen und einfach wirklich den Wagen vollhauen und alles einfach günstig für einen super Preis mitnehmen. Am Outlet ist natürlich besonders, dass die Klamotten viel günstiger sind als sonst. Und das ist natürlich gut, weil dann kann man viel mehr shoppen. Ein Pink mit einer Badehose, guck mal hier. Wer es tragen kann, kann es tragen. Wer hat denn noch keine Lose? So ein Produzent Euro, das ist doch Bescheid. Es wurden heute schon über 4000 Lose gekauft und das Gute ist es noch für einen schönen, also für einen guten Zweck. Und zwar für die Robert-Enkel-Stiftung. Und daher hoffen wir, dass wir ganz, ganz viele Lose verkaufen werden. Und tolle Gewinne gibt es da nämlich auch noch, von Rabatten bis Aktionen bis zu Roller. Alles ist dabei. Und zwar für die Klamotten! Ich liebe Feuerwehr!